Marcel Proust, melancholische Sommertage in Trouville, 5, Motto, und so verzehrte er sich vom grauenden Morgen an auf dem Algen gestrüpp des Gestades, denn er bewahrte im Grunde des Herzens wie einen Pfeil in der Leber die brennende Wunde der großen Kypris. Theokrit, der Zyklop. In Trouville war es, dass ich kürzlich Madame de Breffe, die ich in glücklicheren Zeiten gekannt hatte, wieder begegnet bin. Nichts kann sie heilen. Würde sie Monsieur de Lelande wegen seiner Schönheit oder wegen seines Geistes lieben, könnte man sie, um sie zu zerstreuen, einen geistreicheren oder schöneren jungen Mann suchen lassen. Hätte seine Güte oder seine Liebe sie an ihn gebunden, könnte ein anderer versuchen, sie mit größerer Treue zu lieben. Aber Monsieur de Lelande ist weder schön noch intelligent. Er hat keine Gelegenheit gehabt, ihr zu beweisen, ob er zart oder grob ist, vergesslich oder treu. Sie liebt also ihn und nicht irgendwelche verdienstvollen oder bezaubernden Eigenschaften, die man in ebenso hohem Grade bei anderen finden könnte. Sie liebt ihn trotz seiner Unvollkommenheiten, trotz seiner Mittelmäßigkeit. Sie ist dazu bestimmt, ihn trotz allem zu lieben. Ihn. Wusste sie, was das war, außer dass solche Verzweiflungs- und Glückseligkeitsschauer davon ausgingen, dass ihr ganzes übriges Leben und alle übrigen Dinge nichts mehr zählten? Die schönste Gestalt, die originellste Intelligenz würden dieses besondere und geheimnisvolle Etwas nie besitzen. So einzigartig war es, dass kein menschliches Wesen es jemals wiederholen wird in der Unendlichkeit der Welten und der Ewigkeit der Zeit. Ohne Geneviève de Bouvre, die sie in aller Unschuld zu Madame d'Aaar geführt hatte, wäre all das nicht gewesen. Aber die Umstände haben sich aneinander gefügt und haben sie gefangen genommen als Opfer einer Krankheit ohne Heilmittel, denn sie ist ohne Grund. Gewiss, Monsieur de Leland, der in diesem Augenblick wahrscheinlich ein mediokres Leben und ärmliche Träume auf dem Strand von Biarritz spazieren führt, wäre sehr erstaunt, von der anderen Existenz zu hören, die er in der Seele von Madame de Breve besitzt, einer so wundersam intensiven Existenz, dass sie sich alles unterordnet, alles vernichtet, was nicht sie selbst ist. Existenz auch, die ebenso zusammenhängend ist wie seine persönliche, die sich ebenso wirkungsvoll in Handlungen äußert, die sich nur durch ein schärferes, weniger oft aussetzendes und reicheres Bewusstsein von der anderen unterscheidet. Wie erstaunt wäre er zu hören, dass er, der doch in seiner körperlichen Gestalt gewöhnlich kaum umworben wird, dass er jetzt, wo immer nur Madame de Breve sich befindet, sogleich evoziert wird, inmitten der begabtesten Menschen, in den verschlossensten Salons, in den Landschaften, die am meisten sich selbst genügen. Und dass diese so viel geliebte Frau keine Zärtlichkeit, keinen Gedanken, keine Aufmerksamkeit mehr aufbringt, außer für die Erinnerung an jenen Eindringling, vor dem alles verblasst, als besitze sie nur seine Person in Wirklichkeit und als seien die Anwesenden nichtig wie Erinnerungen und eitel wie Schatten. Ob Madame de Breve mit einem Dichter spazieren geht oder ihr Dijonet mit einem Erzherzog einnimmt, ob sie in Trouville bleibt oder es verlässt, ob sie in die Berge oder über die Felder fährt, ob sie allein ist und liest oder sich mit dem geliebtesten Freund unterhält, ob sie ausreitet oder schläft. Der Name, das Bild des Monsieur de Lelande liegt auf ihr, tröstlich, grausam, unentrinnbar, wie der Himmel über unseren Häuptern. Sie, die Biarritz-Verabscheute, ist so weit gekommen, dass sie an allem, was diese Stadt betrifft, einen schmerzvollen und verwirrenden Zauber findet. Voller Unruhe will sie erfahren, wer sich dort aufhält, wer ihn vielleicht sehen wird, ohne es zu wissen, wer vielleicht mit ihm leben wird, ohne sich daran zu erfreuen. Für diese bleibt sie ohne Hader und ohne es zu wagen, ihnen Aufträge zu erteilen, stellt sie unaufhörlich Fragen. Sie wundert sich noch manchmal, dass man sie so oft um ihr Geheimnis herumreden hört, ohne dass jemand es aufgedeckt hätte. Eine große Fotografie von Biarritz ist nahezu der einzige Schmuck ihres Zimmers. Sie leiht einem der Spaziergänger, die man, wenn auch nur undeutlich darauf sieht, die Züge Monsieur de Lelance. Wenn sie wüsste, welch schlechte Musik er liebt und spielt, dann würden die verachteten Romanzen zweifellos auf ihrem Klavier und bald auch in ihrem Herzen den Platz von Beethoven-Symphonien und Wagners Dramen einnehmen. Durch eine sentimentale Erniedrigung ihres Geschmacks und Kraft des Zaubers, den er auf diese Stücke werfen würde, er, von dem ihr aller Zauber und alle Peilen kommen. Das Bild desjenigen, den sie nur zwei oder drei Mal für einige Augenblicke gesehen hat, der einen so kleinen Platz in den äußeren Begebenheiten ihres Lebens einnimmt und der nun ihr ganzes Denken und ihr ganzes Herz in Anspruch und in Besitz nimmt, beginnt sich manchmal vor den ermüdeten Augen ihrer Erinnerung zu verwischen. Sie sieht ihn nicht mehr, kann sich seiner Züge, seiner Silhouette nicht mehr entsinnen, kaum mehr seiner Augen. Und dieses Bild ist doch alles, was sie von ihm hat. Bei dem Gedanken, es verlieren zu können, gerät sie außer sich. Ihr Verlangen foltert sie, gewiss, aber es ist nun ganz sie selbst geworden. Sie hat sich, alles Übrige verlassend, ganz darein zurückgezogen. An ihm hält sie fest, wie man an der Erhaltung seiner selbst festhält. Am Leben mag es gut sein oder schlecht. Und dieses Verlangen soll sich auflösen können. Und es würde nichts zurückbleiben, als das Unbehagen, im Traum einen Schmerz empfunden zu haben, dessen Grund sie nicht mehr kennen würde, in ihren Gedanken nicht mehr sähe und nicht mehr lieb haben könnte. Doch nach dieser vorübergehenden Verwirrung des inneren Gesichts steht Monsieur de Lelands Bild wieder vor ihr. Ihr Kummer kann wieder beginnen und es ist beinahe eine Freude. Wie wird Madame de Breuf die Rückkehr in jenes Paris ertragen, wohin er erst im Januar zurückkommen wird? Was wird sie bis dahin tun? Was wird sie, was wird er nachher tun? Zwanzigmal schon wollte ich nach Biarritz reisen und mit Monsieur de Lelands zurückkommen. Die Folgen wären vielleicht schrecklich, doch brauche ich mir das nicht zu überlegen. Sie erlaubt es nicht. Es bringt mich jedoch zur Verzweiflung, wenn ich mit ansehen muss, wie diese kleinen Schläfen im Pausen und gnadenlosen Takt ihrer unerklärlichen Liebe schlagen. Sie gibt ihrem ganzen Leben den Rhythmus der Angst. Oft stellt sie sich vor, er werde nach Trouville kommen, sich ihr nähern, ihr sagen, er liebe sie. Sie sieht ihn, seine Augen leuchten. Er spricht zu ihr mit jener fahlen Stimme des Traums, die uns verbietet, zu glauben und gleichzeitig zwingt zuzuhören. Er ist es. Er sagt ihr jene Worte, die uns ins Delirium stürzen, obwohl wir sie immer nur im Traume hören, wenn in ihnen so zärtlich und rührend das göttliche Lächeln jener, die das Schicksal zusammengeführt hat, vertrauensvoll aufleuchtet. Zugleich jedoch weckt sie das Bewusstsein auf, dass die beiden Welten der Wirklichkeit und ihres Verlangens parallel liegen, dass sie einander ebenso wenig berühren können wie der Schatten und der Körper, der ihn geworfen hat. Und wenn sie sich jetzt an die Minute in der Garderobe erinnert, wo sein Ellenbogen ihren Ellenbogen gestreift hat, wo er ihr seinen Körper angeboten hat, den sie jetzt gegen den ihren pressen könnte, wenn sie gewollt hätte, wenn sie gewusst hätte und der vielleicht für immer von ihr fernbleiben wird, dann hört sie, wie Schreie der Verzweiflung und der Auflehnung sie durchdringen, gleich jenen, die man auf sinkenden Schiffen hört. Wenn sie am Strand oder im Wald spazieren geht, wenn sie sich der Lust, die Natur zu betrachten, sanft hingibt oder der Träumerei auch nur einem guten Duft oder einem fernen Lied, das die Brise vom Meer heranträgt und sie für einen Augenblick ihr Leiden vergisst. Dann spürt sie ganz plötzlich mit einem Mal im Herzen eine schmerzvolle Wunde und über den Wellen oder den Blättern am unbestimmten Horizont aus Meer oder Wald erblickt sie das undeutliche Bild ihres unsichtbaren und doch gegenwärtigen Besiegers, dessen Augen durch die Wolken leuchten, wie an jenem Tag, an dem er sich ihr angeboten hatte und der nun entflieht mit dem Köcher, aus dem er eben noch einen Pfeil auf sie abgeschossen hat.